Hallo, ich bin Coldmirror. Ich mache Videos. Das ist mein Beruf. Aber als ich noch zur Schule gegangen bin, das war im fernen Jahre 1850, da hatte ich noch keine Perspektive für meine berufliche Laufbahn. Und das geht heute auch noch vielen Jugendlichen so. Und weil es sich nicht lohnt, sich von irgendwelchen langweiligen Leuten beim Arbeitsamt irgendwelche langweiligen Berufe anschnacken zu lassen, macht der Hessische Rundfunk einen Wettbewerb mit dem Thema Meine Ausbildung. Schüler führen selbst Regie. Und da stehen euch alle Genres und alle Stilmittel offen. Ihr könnt eine Doku machen, ein Interview, einen Horrorfilm, ein Musikvideo, einen neodadaistischen Kunstfilm. Hauptsache es wird deutlich, dass es etwas mit dem Thema Ausbildung zu tun hat. Und immer dran denken, ihr macht das Video für andere Schüler, die danach plötzlich vielleicht doch eine berufliche Perspektive sehen. Entschuldigung, ich muss an die Kinder denken. Und auch wenn euer Video perfekt durch die Musik von Bushido untermalt wäre, seht davon ab, urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden. Benutzt keine Chartmusik, sondern frei verwendbare, im besten Fall sogar selbstgemachte Musik. Mitmachen können alle Schüler ab Klasse 8 im Raum Hessen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was euch das Ganze eigentlich bringt, wenn ihr da mitmacht, abgesehen davon, dass ihr riesen Spaß haben werdet, der erste Preis sind 5000 Euro. Und es gibt insgesamt Preisgelder in Höhe von 11.000 Euro zu gewinnen. Also falls eure Klassenzimmer halb auseinanderfallen oder ihr auf dem Boden sitzen müsst und im Winter friert, weil ihr nur einen alten, rostigen Kohleofen habt, dann wäre euch damit geholfen. Außerdem werden die 10 besten Filme im hr-fernsehen ausgestrahlt und ich bin in der Jury und gucke mir die Filme an. Also wenn das nicht Lohn genug ist. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein Video zum Thema meine Ausbildung zu drehen, dann könnt ihr euch für den Wettbewerb anmelden. Und zwar unter www.meine-ausbildung.hr-online.de Ein Sendeschluss ist der 23. März 2012. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Viel Spaß!